Das größte Problem der Christen. In unserem Alltag voller Versuchungen und Ablenkungen vergessen wir oft den Herrn. Wenn das so weitergeht, werden wir uns vom Herrn entfernen, verdorben werden und geistig sterben. Warum entfernen wir uns also vom Herrn? Es ist unvermeidlich. Wir müssen uns auf weltliche Angelegenheiten konzentrieren und stellen oft das Gebet und das Bibellesen beiseite. Aber ist es richtig, so zu leben, nur weil wir denken, es gebe keinen anderen Weg? Natürlich nicht. Zum Glück. Wunderbar. Wir haben eine effektive und einfache Lösung gefunden. Nun, worauf schauen wir am meisten, wenn wir weltliche Dinge tun? Ja, es ist das Telefon, das du gerade anschaust. Und was, wenn wir jedes Mal, wenn wir unser Telefon benutzen, auch nur für einen kurzen Moment, den Herrn treffen könnten? Du kannst dich bis zu 100 Mal am Tag mit dem Herrn verbinden. Das ist das Prinzip der wunderbaren App Bitbible. Bitbible zeigt jedes Mal, wenn du dein Telefon einschaltest, einen Bibelfers, ein Gebet, Bibelwissen und ein Quiz auf deinem Sperrbildschirm an. Mit dieser App kannst du dich jeden Tag mehr als 100 Mal mit dem Herrn verbinden. So jedes Mal, wenn du dein Telefon benutzt, automatisch, unbewusst, 100 Mal am Tag, zwangsläufig, verbindet es dich mit dem Herrn. Es ist kostenlos, also lade es herunter und probiere es aus.